Hey, ich bin Mary und ich war hier gerade bei Smart Hair Art und habe meine Haare verlängern lassen und mir solche schicke Kornos machen lassen. Und wenn ihr einfach mal eine außergewöhnliche Frisur haben wollt, dann schaut doch bei Smart Hair Art bei Facebook vorbei und lasst euch hier in dieser coolen Atmosphäre einfach mal gehen und schicke Haare machen. Ich bin glücklich und ich fühle mich viel wohler, weil ich vorher so kurze hatte und jetzt sind die einfach viel voller und ich liebe einfach auch dieses Außergewöhnliche. Das sind Kornos und die kann auch nicht jeder. 200 Gramm und das sind echt, also wirklich echte Haare und die steht auch hundertprozentig dahinter. Dass es halt echt ist und guckt auf die Qualität, das ist halt auch das Gute dabei an dieser Sache. Um einen Termin bei Smart Hair Art zu bekommen, bin ich einfach auf ihre Gefällt mir Seite gegangen und habe sie angeschrieben und sie hat auch gleich zurückgeschrieben. Also sie ist da echt zuverlässig und ja, einfach mal anschreiben, Termin ausmachen. Sie weiß nicht. Das ist halt auch, das ist halt auch. Das ist halt auch. Das ist halt auch. Bis zum nächsten Mal.